helene fischer hat atemlos nicht selbst geschrieben was fast niemand weiß helene fischers welthit atemlos durch die nacht stammt aus der feder von jemand anderem ein fakt den nur gut informierte fans und musikbusiness insider kennen aber wer hat den ohrwurm geschrieben und wie viel geld damit verdient hier sind spannende fakten zu atemlos die kaum jemand kennt atemlos durch die nacht stern heißt helene fischers mega hit von dem viele sagen dass er sie über nacht berühmt gemacht habe doch ist es überhaupt richtig von helene fischers mega hit zu sprechen was nur wenige wissen die schlager queen hat den song nicht selbst geschrieben so wie übrigens viele der von ihr dargebotenen lieder atemlos stammt aus der feder von christina bach ein fakt der zwar kein geheimnis aber eigentlich nur in insider kreisen und fanforen schon seit längerem bekannt ist christina bach ist nicht nur selbst schlagersängerin erst ein cappuccino sondern auch eine bekannte und überaus erfolgreiche komponistin als songwriterin schreibt sie hits für helene fischer atemlos feuerwerk phänomen aber auch für andere musiker wie zum beispiel beatrice igli michelle andrea berg stefanie hertl und annemarie eifeld für janet biedermann hatte ich zwölf top 10 hits in folge geschrieben erzählt christina bach nicht ohne stolz mit biedermann erzielte bach die ersten großen erfolge abseits des schlagers ich habe atemlos in 40 sekunden geschrieben atemlos durch die nacht hat christina bach obwohl sie den song zunächst selbst singen wollte schließlich helene fischer angeboten die nicht lange zögerte und das hat sich für alle beteiligten ausgezahlt fast jeder im deutschsprachigen raum kennt den song liebt oder hasst ihn zu späterer stunde im birzell zum beispiel treibt er alle auf die bänke ich habe atemlos in 40 sekunden geschrieben verrät die ein und 60 jährige christina bach geboren am 7 april 1962 im interview mit dem endjahr ich habe schon immer sehr europop mäßig weg vom schlager aber mit bogen zum schlager komponiert sagt bach atemlos war kein zufall das war mein style den ich seit jahren gepflegt habe und dem ich treu geblieben bin atemlos wurde zweifach mit platin prämiert es ist der meistverkaufte schlager hit aller zeiten dass manche mit dem song nichts anfangen können stört christina bach nicht weiter wenn ein song derart berühmt sei polarisiere er eben ich finde dass ich den erfolg verdient habe und helene fischer auch das war gemeinsame frauenpower sagt bach h мама w w w w w w w w